Hi und herzlich Willkommen aus der Inside Handy Redaktion. Ich zeige euch heute das Nokia Lumia 610. Das hat ein 3,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 480x800 Pixeln. Der Prozessor ist ein Single Core mit 800 MHz Taktung und leider nur 256 MB RAM. Also Arbeitsspeicher, der sich doch ein bisschen negativ auswirkt. Zum Beispiel auf manche Apps, wie beispielsweise hier Angry Birds. Ist leider für das Gerät nicht verfügbar. Leider funktioniert Skype auch nicht. Der Speicher ist 8 GB groß, nicht erweiterbar, trotz dass es sich hier hinten öffnen lässt. Darunter ist der Akku und eine Zoom-Karte kann eingesetzt werden. Hinten haben wir noch eine 5 Megapixel Kamera mit Flash-Unterstützung. Macht 480p-Videos. Es läuft drauf Windows Phone in der aktuellen Version Mango 7.5. Gerade erwähnt negativ das mit den Apps. Positiv hingegen. Beispielsweise die Nokia Navigation. Wenn man sich einmal Kartenmaterial runtergeladen hat. Für zum Beispiel Deutschland. Das war ungefähr 480 MB groß. Dann kann man die Navigation auch offline bedienen. Also man braucht nicht zwingend einen Internetanschluss. Das Gerät kostet aktuell um die 230 Euro. Wir haben es hier jetzt in schwarz. Es ist auch in weiß, blau und so einem rot-rosa Ton erhältlich. Das war es hier aus der Inside Handy Redaktion. Bis demnächst.